Malerische Landschaften, idyllische Dörfer und kulturhistorisch bedeutsame Bauwerke. All dies sind bezeichnende Merkmale des Naturparks Fränkische Schweiz bei Forchheim, etwa 30 Kilometer nördlich von Nürnberg. Langjährige Tradition hat vor allem der Obstbau in der Region. Die Vielfalt dieser Tätigkeit kennenzulernen, das bietet Ihnen das Ernteerlebnis Fränkische Schweiz mit einer unvergesslichen Erfahrung. Kommen Sie zu einem unserer Obstbauern und entdecken Sie die Vielseitigkeit des Obstbaus. Der Berufsalltag in unserer modernen Dienstleistungsgesellschaft ist geprägt von Hektik und Stress. Hier können die Menschen in der Natur die Seele baumeln lassen und den Kopf frei bekommen. Erleben Sie gemeinsam mit der Obstbauernfamilie den Lebensrhythmus auf dem Hof. Helfen Sie mit bei Ernte und Weiterverarbeitung der Früchte zu Marmeladen, Säften oder Likören. Als Dank für Ihre Unterstützung erhalten Sie Unterkunft und Verpflegung kostenlos. Es macht einfach Spaß, den Menschen aus den Städten unsere abwechslungsreiche Arbeit zu zeigen und mit ihnen die Arbeitszeit zu gestalten. Ganz nebenbei erfahren Sie eine ganze Menge über Obstbau, Landwirtschaft und die Weiterverarbeitung zu Endprodukten, wie sie meist von den Betrieben ab Hof oder auf regionalen Märkten direkt an den Verbraucher verkauft werden. Gewinnen Sie einen Einblick in den Herstellungsprozess regionaler Produkte und ernten Sie im wahrsten Sinne des Wortes die Früchte Ihrer Arbeit. Lernen Sie die regionalen Spezialitäten kennen und erkunden Sie in Ihrer Freizeit nach Herzenslust eine der beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.ernteerlebnis.de www.ernteerlebnis.de Untertitelung des ZDF, 2020